Auf diesem dämlichen Niveau werden Debatten in Deutschland nun geführt, weil Lindner sich das leisten kann und auch auf keine Journalisten trifft, die ihm einfach einmal ehrlich sagen, dass sein Gefase von Gratis-Mentalität eine Frechheit ist. Gerade wenn man bedenkt, dass er als Minister einen öffentlich finanzierten Dienstwagen mit Fahrer hat, sowie eine Bahncard 100 ja auch noch bekommt. Und seit 2012 dürfen ohnehin alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags die ihnen zustehende Bahncard 100 für natürlich die erste Klasse auch privat nutzen. Oder denken wir daran, dass man ja durchaus viel Geld in die Hand nimmt, zu großen Schritten bereit ist, auch bei der Bahn, wenn es da vor wenigen Jahren hieß und dann beschloss man es quasi über Nacht, dass alle Soldaten in Uniform kostenlos Bahn fahren dürfen. Kurz zusammengefasst, es mangelt in Deutschland nicht am Geld, um Ticketpreise stark zu subventionieren. Es mangelt auch nicht an Geld, um weitere Investitionen zu ermöglichen.